Ihr könnt hier aber das gleiche Video machen. Genau, und jetzt zeig ich all den Menschen, die auch auf einer einsamen Insel sind, so wie ich, wie man Feuer herstellt. Okay, es ist eine total verzweifelte Situation. Ihr seid angeschwemmt, ihr habt jetzt einen Schiffbruch in der Elbe, seid ans Ufer gespült worden und müsst jetzt Feuer machen. Und ich zeige euch, wie man Feuer macht. Man nimmt zwei Steine und Holz und dann schlägt man einfach zwei Wochen lang die Steine aneinander, aber ohne Unterbrechung. Und dann gibt es Feuer. Außer man ist BAföG-Empfänger und kann sich ein Feuerzeug leisten. Genau. Der nimmt Holz... Ich hab noch nicht mal Feuerzeug, um das jetzt zu dem verknüpfen. Okay, das war's, Katrin. Nimmt Feuerzeug? Was? Das ist immer noch auf. Oh, wie langweilend in den Betrachter, durchzulange auch immer. Äh... Da gibt's nicht mehr. Okay. Jedenfalls... So. BAföG 2. Äh... Genau. Jetzt zeige ich euch den Unterschied nochmal von vorne. Äh... Wie ein... Der Unterschied eines BAföG-Empfängers und ich. Hatten wir ja erst mit dem Stein. Also der, der, der... Der... Und... Ich. Und jetzt, äh... Genau. Feuer machen. So. Also... Ich würde zwei Steine nehmen. Äh... An eurer Stelle. Und würde zwei Wochen lang... ...klatschen. Es darf nur nicht langweilig werden. Ja. Ich muss selbst lachen können doch über mich. So. Es schneit. Es ist kalt. Es regnet. Es blitzt. Genau. Und... Natürlich wird kein Feuer entstehen. Aber ich bin warm. Ja. Weil, äh... Genau. Und der BAföG-Empfänger, der würde sich einfach von seinem 600 Euro BAföG ein Feuerzeug holen. Hahaha. Ah, das hab ich verbrannt. Oh ja. Es funktioniert. Genau. Da drin. Schnitt. Schnitt. Schnitt.